Drei Jahre haben gelandet, seit der Sierra-Research-Fazilie schlug. Ein Team von Mercenari wurde durch die Firma gesammelt, um zurück in Sierra zu gehen. Sie haben keine Ahnung, was ihnen erwartet. Vorhin habe ich mir was anderes angeguckt, jetzt habe ich vergessen. Fossil Fuel 2, Mann, hör mal. Der erste Teil, der war schon mega, ja, in Anführungszeichen. Mal gucken, was sie hier besser machen. Aber hey, es kommen so wenig Dino-Spiele raus. Alle warten auf Dino-Spiele, wir wollen mehr Dino-Spiele. Also haben wir jetzt ein Dino-Spiel. Das geht bestimmt so ein bisschen in die Richtung Trash, aber das ist egal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gucken hier mal rein. Einsatzbesprechung, Rückkehr nach Sierra, Operator Sierra PMC Alpha. Zeitplan für den Betrieb, Abflug 20. Juli, Sitkin Island, Ankunft 23. Juli. Entschuldigung. Zielsetzung, Erkundung der Sierra-Forschungseinrichtung, Wiedererlangung des Sierra-Quell-Codes, okay. Erwarten Sie eine Bestätigung der im Labor hergestellten Kreaturen aus erster Hand. Seien Sie äußerst vorsichtig. Das werden wir. Schiffsmanifest, Name der Schiffs, Sharon, Fracht, Anchorage, Alaska, ist der Abfahrthafen, okay. Besatzung 12, Passagiere 40. Charter, Verlegung der PMC Alpha zu den A-Leuten. Abholung der Sierra-Forschung, Zurückkehr nach Anchorage. Ich muss meine Maus mal ein bisschen einstellen hier. Ah, ich glaube so ist okay. Ich glaube wir müssen ein bisschen leiser machen. Äh, ja, deswegen bin ich hier. SFX-Lautstärke. Gucken wir mal, ne? Alter. Ich glaube, das ist immer noch viel zu laut. Junge, Junge, Junge. Ja, ich möchte Änderungen vornehmen. Ich muss noch mal rein. Sorry. Ja, ich möchte Änderungen vornehmen. Hier müssen wir glaube ich ein bisschen höher. Gucken wir mal. Alter, ist das... War das gerade ein Hai? Ein Riesenhai? Das war doch nicht Megalodon, oder? Wo ist er hin? Es geht gut los. Watch out, watch out. Catch up. Presse E bis Leiter erklimmen. Presse W nach oben klettern. Presse S nach unten klettern. Wenn das einer nicht hinkriegt in einem Spiel. Ja, dann fress ich ein Besen. Okay, es ist nass. Ich will dir noch mal sehen, wo ist er hin? Yo. Äh, kippen wir gerade rum? Kippen? Was? Megalodon. Ach du Scheiße. Wo ist er? Da, hängt er. Komm, schwimm rüber, Dicker. Trollen, Chuck Norris und, äh, irgendein anderer. Gestrandet durch das Schiffswrack. Sehen Sie sich immer noch in der Schiff? Okay. Ich bin sehr gespannt, ey. Aber das sah jetzt schon mal gar nicht so verkehrt aus, muss man sagen, oder? Ich fand das sah gar nicht so verkehrt aus. Okay, das Spiel hat Ladesequenzen. Das kenne ich gar nicht mehr mit meiner neuen SSD hier. Hallo, Steine. Steine. Okay. Bisher. Finde ich, sieht das ganz annehmbar aus, ne? Was haben wir denn hier am Strand? Haben wir irgendwas, was wir Presse E zum untersuchen? Dieses Schiff ist ein totales Wrack. Vielleicht haben es andere an Land geschafft? Können wir irgendwie ranzoomen oder so? Ne. Aber da vorne haben wir ein paar Sachen liegen. Wir gucken mal. Da hast du ein Fragezeichen. Okay. Warte mal. Man hört die einzelnen Steps gar nicht. Ja, ich möchte Änderungen vornehmen. Was haben wir hier? Wir wurden von einem riesigen Hai angegriffen. und sind nun gestrandet. Ich schätze, die Mythen über diesen Ort waren wahr. Als ob der Hai nicht schon genug wäre, griff uns auch noch ein anderer bizarrer Fisch an, als wir uns dem Ufer näherten. Eine unbekannte Art, die ich noch nie gesehen habe. Ein paar Trupps schafften es an Land. Wir haben eine anständige Menge an Waffen und Munition geborgen. Der Leutnant besteht darauf, dass wir die Mission fortsetzen. Aber ich will nur noch nach Hause. Drake, Williams, PMC, Alpha, Sanitöter. Was haben wir hier? Körperpanzerung. Verdoppelt deine Gesundheit. Regeneriert nicht. Abholen. Die holen wir ab. Genau. Hat er die jetzt automatisch angelegt? Scheint so. Aktueller Gesundheitszustand. Aktuelle Rüstung. Okay, nice. Die können wir nicht öffnen. Was ist mit denen hier? Die können wir auch nicht öffnen. Dürfen wir nicht öffnen. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal zurück, oder? Da vorne geht es nicht weiter. Okay, wir können springen. Das ist schön. Wenn ich springen kann in einem Spiel, bin ich eigentlich schon glücklich. Bedoing, bedoing. Oh, was ist denn hier noch? Oh, ein Tomahawk. Eine Pfeife. Was? Eine Pfeife? Die zu einer Waffe verarbeitet wird. Verursacht doppelt so viel Nahkampfschaden wie Nahkampfangriffe. Kann mir das mal einer erklären? Dass das eine Pfeife ist? Das ist doch hier eine Pfeife, sagt man dazu, oder? Auf der Nisch. Okay, alles klar. Das geht. Es sieht so aus, als ob die Überlehmenden eine Ladung aufgestapelt haben, die an Land gespült wurden. Aber wo sind die Überlebenden? Wo sind sie hin? Oh, Heilmittel bei Vergiftung. Anti-Dot. Okay. Das geht eigentlich schon schlecht los. Eine Kamera, die Fotos machen kann, um Punkte zu sammeln. Sammeln Sie genug Punkte, um Erfolge freizuschalten. Die Batterie muss mindestens 30% betragen, um verwendet werden zu können. Ah, okay. Was ist das für eine? Eine I-O-Metallic. Krass, Alter. Oh, wisst ihr, ich habe auch noch eine liegen. Eine Fujifilm. Oder habe ich einen Fujifilm noch liegen? Ich glaube, ja. Allein der Name, ne? Fujifilm. Für das Aufnehmen von Fotos erhältst du Punkte. Interessante Icons werden angezeigt, wenn die Kamera ausgerüstet ist und schalten Errungenschaften frei. Der Akku der Kamera wird wieder aufgeladen, wenn er nicht benutzt wird. Oh, so ist am besten. Das loben wir uns. Unsere zweite Aufgabe besteht darin, Fotos zu machen und unsere Begegnungen in der Sierra Forschungseinrichtung zu dokumentieren. An die Gruppenleiter werden robuste Digitalkameras verteilt. Bilder von lebenden Dinosauriern werden mehr Anerkennung finden als Tote. Wir wollen auch den Bestand der Ausrüstung dokumentieren. Machen Sie so viele Fotos wie nötig. Die Kameras haben wiederaufladbare Batterien. Lieutenant Maximus Gladialus. Zack. Was haben wir hier? Gesundheitspaket. Lecker. Gibt es hier auf dieser Insel auch Dinosaurier zu sehen? Kommt jemand der Sprache bekannt vor? Dieses alte vorigen Schloss kann wahrscheinlich aufgebrochen werden. Schau dich um. Okay. Vielleicht habe ich schon den Tomahawk. Ja, Tatsache. E-Bis öffnen. Wie kann ich denn jetzt eigentlich meine Kamera ausrüsten? Ah, die ist auf der 3. Okay, alles klar. Vielleicht sehen wir ja gleich schon irgendwas hier. Flugsaurier oder so. Da halten wir den Mond. Guck mal, ist ein Halbmond. Ich muss mal gucken. Auf der 1 habe ich den. 2 ist das Antidot. Okay, ich mache das mal so. Das werden wir wahrscheinlich öfter brauchen als ein Antidot. Okay. Okay, mit E oder was? Tatsache. Activated. Hallo. Wir sind die Teletubbies. Oh, ich dachte, das wäre ein Brachiosaurus. Okay, ich lieg völlig falsch. Rotes Ventil zum Inventar hinzugefügt. Jetzt haben wir hier. Okay, eine Bruchstelle. Oh, oh. Kann man das fotografieren? Super. Oh, 10 Punkte. Cool, guck mal. Na ja, was denn? Immerhin, oder? Ich würde sagen, Ian Malcolm, ich komme. Oh, warte mal. Warte mal. Ich komme nicht. Das muss doch festgehalten werden mit dem Schiff, oder nicht? Hör mal. Sag mal, da ist das Schiff untergegangen. Das muss doch nachher für die Welt aufgezeichnet werden. Untergehen? Ja. Wir wollen untergehen. Yalla! Oh Gott. Eigentlich habe ich gar keinen Bock. Gucken, was uns da unten erwartet, ey. Okay, moin. Presse M. Presse M. So öffnen Sie die Karte. Okay, alles klar. Oh, die sieht gar nicht verkehrt aus. Presse M. Okay, wir haben M gepresst. Was haben wir hier? Erkunden Sie die Überreste von Sierra. Bedeutet das hier, läuft irgendeiner rum, oder was? Ne, hier läuft nichts rum, ne? Oh, weißt du was? Die Schatten nerven mich schon wieder. Warte mal, die will ich mal ein bisschen aufstellen. Schatten episch. Warum habe ich denn Schatten auf episch? Schatten können aus. Lassen wir sie mal auf mittel. Das passt schon. Kantenglättung an das Hoch, Nahbearbeitung. Okay. Gucken wir mal viel besser dieses Spiel, hä? Äh, ja, das ist schlecht. Tschüss. Dampfkontrolle Zimmer. Okay, alles klar. Das Museum. Dampfkontrolle. Wir müssen Richtung Dampfkontrolle, würde ich sagen. Wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Der Strom ist seit Tagen ausgefallen. Es gibt drei Druckventile, die diesen Teil der Basis entleeren können. Aber sie sind jetzt, äh, im Silo unter Wasser. Und wenn jemand seinen Atem lang genug anhalten kann, könnte er sie schwimmend erreichen. Taylor Lu. Sierra Technik. Okay. Das hat er schnell hingekriegt, der Lümmel. Warte mal. Hier ist doch das Silo gewesen, oder nicht? Na, da geht's rein. Behalten Sie Ihre Luft im Auge. Okay, alles klar. Oh, was haben wir hier? Guck mal. Okay, wie gehen wir unter? Einfach tauchen, oder was? Ah, okay. Wieder Space zum Abtauchen. Alles klar. Oh, ich kann hier sogar schlagen. Oh, da ist noch eins. Was hat er gesagt? Drei, ne? Brauchen wir. Ein Anglerfisch. Oh, die kann ich gar nicht ab, die Viecher. Oh, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Alles klar, Digga. Kurz Luft holen. Gleich wieder. Runei, Yano. Rambazamba. Karamba. Vielleicht ist sie das noch eins. Nice. Oh, was passiert jetzt mit dem Fischer eigentlich? Oh, der Arme, der wird sterben, oder? Das hört sich an wie meine Toilettenspülung. Zentral. Ist das ein spanisches Spiel? Zentral. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Geiler Dino-Trash, sage ich euch. Trash ist immer gut. Oh, da hinten liegt er, glaube ich. Oh, ne. Du Armer, ey. Alter, der hat mich gehauen. Ne, der hat mich gebissen. Oh, Mann, ey. Jetzt ist ein Stück Rüstung weg hier. Alter, der hat noch gelebt, du. Ich habe mich richtig erschrocken, um ehrlich zu sein. So, und geh mal wieder hoch. Da müsste jetzt der Dampf... Ne, Quatsch. Der Dampf müsste gar nicht aus sein. Aber das Wasser ist auf jeden Fall weg. Was auch immer uns das jetzt bringt. Jetzt werde ich mal speichern. In Slot 1 gespeichert. Äh, was? Das hört sich für mich nach T-Rex an. Sehr tief, sehr blubbernd in der Lunge. Der passt hier aber nicht rein. Alter. Ich habe jetzt schon ein ungutes Gefühl, um ehrlich zu sein. Es sieht so aus, als wäre gerade jemand hier drin gewesen. Vielleicht ein Überlebender des Schiffs. Ja, wer wäre er ansonsten? Oh, ich Idiot. Dampfkontrolle, Zimmer. Presse erfülle ich. Das ist gut. Presse. Presse. Oh, oh. Digga, ich habe gar keinen Bock. Was ist das? Hallo? Eine Dinosammelkarte. Utah Raptor. Ära Kretaceos. Okay, Kreidezeit. Okay, der größte Raptor, der jemals existiert hat. In Utah, USA. Which is how it got this name? Okay, alles klar. Der größte, der jemals... Okay, ist das tatsächlich so, ne? Ja gut, der Velociraptor... Oh, ich bin hier erschrocken vom Ventilator, Mann! Der Velociraptor ist ja gar nicht so groß, ne? Stimmt. Okay, hier können wir uns heiden. Oh, Mann. Aber der Sound sagt doch, hier ist irgendwas. Äh. Nein, oder? Utah Raptor. Oh, Mann, ey. Kammelt denn der da hinten rum? Schleiche dich an schlafenden Gegnern vorbei. Geh in die Hocke, um still zu sein. Das erinnert mich voll an 2-Roc, ne? Das Spiel. Nie im Leben würde ich mich da vorbeischleichen. Die riechen doch sogar beim Schlaf wahrscheinlich. Das geht ins Gehirn und das Gehirn sagt, Digga, aufwachen. Okay, das wird laut werden. Scheiße, das mache ich ihm dann. Oh, Mann, ey. Ein bisschen wie die 40 Spray hätte jetzt geholfen, ey. Oh, Mann. Tschüss. Okay, der hört sich ein bisschen an wie Topsi, oder? Presse eh bis lassen die in Lüftung. Scheiße, soll ich jetzt warten, bis er zurückkommt? Das ist, glaube ich, der bessere Weg, ne? Weil ich muss ja nach rechts. Ah, er kommt schon wieder. Okay, okay, okay. Was? Warum hab ich mich erschrocken? Motherfucker. Run. Kommst du hier durch? Hier kommt er doch auch durch, oder? Hab ich mich erschrocken, ey. Das ist doch nicht normal. Gefangener Raptor. Es ist uns gelungen, einen Raptor in den Dampf, in der Dampfzugangshalle einzusperren. Wir haben den Weg verbarrikadiert, damit er nicht entkommen kann. Das Dampfdruckregelventil ist leider mit eingesperrt. Ja, das, äh, haben wir schon. Nein, ich... Alter, er geht da direkt wieder rein. Warum? Alter, das waren... Dann waren das drei insgesamt, oder? Ich hab grad oben so ein Symbol gehabt. Gibt's ja auch automatische Speichern. Wahrscheinlich so, äh, Checkpoints, oder? Alter. Was ist das? 50 Sierra Credits. Äh, Sierra Geschenkkarten für Mitarbeiter. Sie können an Item-Automaten verwendet werden. Okay, alles klar. Digi, komm mal her. Wir haben's überlebt. Überschreiben, bitte. Dilididin. Okay, es ist alles offen jetzt hier. Nice, scheiß. Museum klickt erst mal gut. Okay. Laden. Jetzt fehlt, wie bei Resident Evil 1, noch diese Tür, die ganz langsam knarrend aufgeht. Oh, das sieht auch schön aus. Playhistoric Kings. Man's Wonder. Es ist schon beachtlich, ne? Wie wir das so vergessen haben, ne? Ich meine, es gibt immer noch so Verschwörungstheoretiker, die sagen, es gab nie Dinosaurier, blablabla, ne? Wo kommen denn diese Skelette her, die gefunden werden, ne? Natürlich gab's die. Und das ist schon eine, ähm... Fragezeichen? Es ist schon... Verblüffend, also... Och man, ich halte gerade ne Rede. Suchen Sie drei SSD-Laufwerke. Benutzen Sie den Aufzug um die Laufwerke in verschiedenen, äh... in verschiedenen, verschiedenen Etagen. Okay, alles klar. Was wollte ich denn erzählen? Ja, beachtlich. Stellt euch mal vor, so ein Teil würde heutzutage noch bei uns herumlaufen. Und heute gibt's die alle nicht mehr. Alles ausgestorben. Wahnsinn, was es für Tiere gab, ne? Heute läuft nur noch das hier rum. Der Mensch. Sehr schade eigentlich, ja. Deswegen bin ich auch jemand, der so Filme wie Jurassic Park liebt. Ohne Ende. Äh, auch wenn sie total übertrieben sind, aber... Sie verfolgen im Grunde... Gegenste... Okay, das ist, äh... Achso, in der Lagerkiste. Sie verfolgen im Grunde alle das gleiche Ziel. Uns daran zu erinnern, was bei uns alles mal gelebt hat, ja. Mit natürlich ein bisschen Action. Der Utah Raptor. Speichern brauchen wir grad nicht. Benötigen Sie eine blaue Schlüsselkarte. Okay, alles klar. Das ist der Google-Übersetzer höchstwahrscheinlich. Aber sowas ist mir egal. Es ist halt Trash. Trash nehmen wir mit. Geil. Tja, hätte Steven... Was? Mit dem man nichts anfangen kann. Also, ich wüsste damit was anzufangen. Glaub mir. Spinosaurus. Hätte Steven Spielberg damals nicht Jurassic Park gedreht. Mit so einer Kunst hat er das ganze Ding gedreht, ja. Mit so vielen geilen Ideen und Effekten Puppen nachgebaut. Also die... Zum Beispiel die Szene mit dem Tyrannosaurus Rex. Der Tyrannosaurus bestand genau bis hier. Also es gab den Hals und den ganzen Kopf. Und hinten war Gestell, was von Robotern bewegt wurde. Stück für Stück. Und... Also hätte er diesen Film nicht gedreht, meint ihr jemand anders? Hätte so eine Ära eingeläutet? Mit einem richtig guten prähistorischen Film? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wer hätte da damals die... die Dings zu gehabt? Gut, Michael Bay vielleicht. Okay, hier gibt es auf jeden Fall keine blauen Schlüsselkarten. Ich wette dazu, müssen wir da runter in den anderen Raum. Gehen wir mal gucken. Kontrollraum... Was? Kontrollraum? Kontrollraum? Okay. Von der anderen... Oh, das war wieder so klar. Was haben wir da? Zahnbürsten? Ne. Das sah aus wie Zahnbürsten. Wie sah das aus wie Zahnbürsten? Okay, hier haben wir wieder 100 Sierra Geschenkkarten je 25 Cent. Stand zumindest drauf. Okay, dürfen wir nicht. Zum Silo. Ladesequenz. Allein das ist schon so klassisch. Trashig. Hier meinte ich. Okay. Ah, warte mal. Je nach... Je nach Ort, wo wir sind, gibt es Missionsziele, oder was? Ne, okay. Jetzt hatte die einfach aktualisiert. Sichere Sierra Quellcode A. Hauptsystem neu starten. Flip System Breaker. Zugangstunnel zu Unterwasserbeobachtung. Sie müssen einen... Einen... Dietrich. Geil. Es gibt kein Strom. Presse E bis Hecken. Okay, alles klar. Was ist das denn hier? 50 Sierra Credits. Wie viele Mitarbeiter? Ah, okay. Ah, okay. Jeweils 25. Also sind es 50. Dann waren die anderen doch 100 wert. Okay, jetzt verstehe ich. Okay. Gucken, was wir damit anfangen können. Wahrscheinlich irgendwas aufrüsten, oder so? Na, das geht tatsächlich nicht. Speicherung, Bio-Zugang. Bio-Zugang. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, in diese Gefilde zu gehen jetzt. Hier klappert doch schon irgendwas. Als hätte jemand... Hätte irgendein Dino und Doctag gefressen und schleppt den jetzt mit sich um. Okay. Sierra. Research. Kennt ihr noch die gute alte Spiele-Schmiede, Sierra? Das waren auch geile Spiele. Zur Zeit von Zack McCracken und so. Ich weiß gar nicht, was die rausgebracht haben. Auch irgendein Weltraumspiel. Ach, Sierra hatte einfach viel. Ich weiß gar nicht, ob Zack McCracken auch von Sierra war. Könnte gut sein. Was? Was? Okay. Was haben wir hier? Gar nichts. Da war doch was, oder? Ach nee, das ist der Stutz. Oh, Mann. Alter, fucker. Alter, das bringt mich aber zum Erschrecken hier. Ganz ehrlich, wo bist denn du hin, du Lümmel? Na toll. Fakt ist, der läuft jetzt hier rum. Was haben wir hier? Ein Doctan. Oh ja, das ist gut. Eine halbautomatische Handfeuer war für die 9mm Kugeln abfeuert. Mann ey, meinem Ischeas geht es gerade erst wieder besser. Weißt du? Das macht, so eine Schreckmomente machen es nicht besser. Da ziehe ich nämlich alles wieder zusammen. So, okay, wir müssten gedrückt halten. Headshot. Unreal Tournament. Okay, sogar mit Matrix-Effekt hier. Die Mucke hört nicht auf. Wieso habe ich das ungute Gefühl, dass es das noch nicht war? Okay, das ist, ah, der ist gefiedert. Okay. Geht jetzt hier irgendwas? Nö. Okay. Aber irgendwas muss doch hier noch gehen, oder? Oder gab es hier tatsächlich nur die Wumme? Hey, Digga. Okay, das matscht ein bisschen, wenn ich durch und durch laufe. Merkwürdig. Hier gibt es gar nichts mehr. Da geht es einfach nur noch hoch. Ja, das sind so ein paar kleine Gänge hier. Das war es schon, ne? Es ging nur um die Waffe. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Diese Server scheinen alle einen Wasserschaden. Wahrscheinlich haben sie die lokalen Unterbrecher. Ja, gut, kann ich nicht mehr anklicken. Jetzt ausgelöst höchstwahrscheinlich, ne? Okay, du Zipfel. Wir brauchen hier einen Dingsbums. Mann, wir brauchen einen Dietrich. Einen guten Dietrich. War da gerade was? Sie müssen einen in einen Dietrich. Oh, warte mal. Hier war irgendwas. Oder? Irgendwas hat er mir gerade vertellt hier. Da. Schwere Industriemaschinen. Es muss ein Vermögen gekostet haben, diesen Ort zu bauen. Und das kann ich mir auch vorstellen. Alexa, Timer aus. Warum auch immer ein Timer. Gestelltes. Hä, was habe ich das denn gemacht? Oh, was? Oh, was? Online. Okay. Das ist gut. Dann müssen wir dann jetzt zurück. Und ich wette, es wird uns schwer gemacht. Sind wir denn jetzt hier? Es ist doch hier. Ja, bin ich hier eben einfach so dran vorbeigelaufen? Okay. Erweitertes Lern- und Optimierungsnetzwerk. Die KI der Basis ist abtrünnig geworden. Nach dem Stromausfall und der Aktivierung der Notstromaggregate hat Elon, E-L-O-M, ein blutrünstiges Protokoll angenommen, das die entkommenen Anlagen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen heftig verteidigt. Obwohl es mir gelungen ist, es zu deaktivieren, ist nun die Hälfte unserer Systeme nicht mehr funktionsfähig. Ein Neustart der Elon erfolgt auf eigene Gefahr. Dr. Carver. Okay. Hat einen Wasserschaden und funktioniert nicht. Sieht mir nicht nach Wasserschaden aus, um ehrlich zu sein. Das Ding ist wie neu. Gerade gekauft, ausgepackt, hingestellt. Sehen wir heute, warum soll ich es? Sie benutzen vielleicht das Sicherheitsgrün. Ja, uralte Computer sind ziemlich sicher. Freut. Ziemlich sicher, ziemlich gut. So, wir müssen zurück den Strom anschalten. So sieht es aus. Da muss ich unbedingt nochmal speichern. Mois! Sag mal, ich war doch voll drin, du Zipfel. Schon wieder? Hallo? Oh. Oh. Mann! Jetzt aber. Sag mal, der war doch voll drin, oder nicht? Ich muss ein bisschen früher drücken. Loading, Elon. Enhanced learning, opti... Irgendwas. Guten Abend, Doktor. Oh. Ich sehe, du bist nicht der Doktor. Running, diagnostik... Es scheint, dass wir katastrophische Containmentbreche und Flooding haben in allen Leveln. Was? Warum? Implementieren additional Lockdown-Messuren. Ich bin sorry, Intruder. Aber ich kann nicht, dass du zu gehen kannst. Was? Also, hallo Doktor. Oh, ich sehe, sie sind nicht der Doktor. Sorry, sie müssen sterben. Kurz gesagt. Er wird alles abriegeln. Da fuck? Vielleicht bin ich ja wichtiger als der Doktor. Okay, da ist eine Tür aufgegangen. War das die Tür oben? Tja, ich muss erst mal speichern hier. Geil. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Leute, wir machen hier erst mal Feierabend für heute. Oh, hier liegt noch was. Das ist noch mehr Crazy. Ich bin echt gespannt, wo ich die einlösen kann. Ich denke, das wird irgendein... Steht ja auch da, ne? So ein Verkaufsautomat oder so. Ja. Oh, mein Bein tut so weh. Dieser scheiß Ischers. Gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Und bis bald ins Kiel.